Es ist wieder soweit, 24 Monate sind vergangen und es ist Zeit für den Membranwechsel. Wir machen das heute an der AS5000FF und zeigen euch einfach und schnell, wie das geht. Wir benötigen jetzt zwei neue 250 GPD-Membranen, den Membranengehäuseschlüssel, einen 21er Maulschlüssel und eine Wasserpumpenzange. Wir schließen zunächst den Kaltwasseranschluss unter der Spüle und öffnen den Hahn für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage zu lassen. Abschließend ziehen wir den Netzstecker. Unser Tipp, holt die Anlage aus dem Unterschrank hervor und setzt sie auf ein Tuch oder in eine Wanne, um einfach an den Membranengehäusen arbeiten zu können. Zudem entfernen wir vorsorglich den Schwamm aus dem Aquastop, damit dieser beim Membranwechsel nicht auslöst. Wir legen uns ein Tuch vorsorglich unter die Membranengehäuse, um austretendes Wasser auffangen zu können, und lösen die Mutter am Membranenkopf. Wir drehen die Mutter von Hand los und ziehen den Schlauch aus dem Eckstück heraus. Am Membranendeckel heben wir das Gehäuse vorsichtig nach oben aus der Halteklammer heraus. Mit dem Membranengehäuseschlüssel öffnen wir den Deckel vorsichtig in Pfeilrichtung. Von Hand drehen wir den Deckel ab und fangen austretendes Wasser mit dem Handtuch auf. Mit der Wasserpumpenzange können wir die alte Membrane durch leichte Dreh- und Ziehbewegungen aus dem Membranengehäuse herausziehen. Und können diese nun im Hausmüll entsorgen. Unser Tipp, wir reinigen das Gehäuse einmal von innen mit einem trockenen und sauberen Tuch. Damit wir die Membrane nicht wie hier abgebildet beschädigen, müssen wir jetzt folgendes beachten. Die neue, ausgepackte Membrane führen wir mit den beiden Doppelohrringen voraus in das leere Gehäuse ein. Dabei drücken wir sie vorsichtig mit dem Daumen über den Widerstand in das Gehäuse. Unser Tipp, durch etwas Druck von oben auf die Membrane lässt sie sich weiter und tiefer in das Gehäuse hineinführen. Bis sie komplett im Membranengehäuse verschwindet. Bevor wir den Deckel auf dem Gewinde wieder festdrehen, können wir die beiden Dichtungsringe im Deckel und am Gehäuse einmal überprüfen. Sind diese porös, lohnt es sich sie einmal zu ersetzen. Mit dem Membranengehäuseschlüssel können wir den Deckel dann noch einmal nachziehen. Nun drücken wir das Gehäuse zurück in die Halteklammer und führen den losen Schlauch tief ca. 1,5 cm in das Eckstück. Drehen die Mutter dort von Hand fest und nutzen abschließend den Maulschlüssel zum Festziehen. Jetzt lösen wir die Mutter am hinteren Membranengehäuse mit Hilfe des Maulschlüssels. Drehen die Mutter von Hand los und heben das Gehäuse vorsichtig nach oben aus der Halteklammer heraus. Mit Hilfe des Gehäuseschlüssels öffnen wir den Deckel vorsichtig in Pfeilrichtung. Mit einem Tuch können wir auch hier austretendes Wasser auffangen. Mit der Wasserpumpenzange können wir die alte Membrane durch leichte Dreh- und Ziehbewegungen aus dem Membranengehäuse herausziehen und können diese im Hausmüll entsorgen. Anschließend reinigen wir das Gehäuse von innen mit einem trockenen und sauberen Tuch. Die neue ausgepackte Membrane führen wir mit den Doppelohrringen voraus vorsichtig in das Gehäuse ein. Dabei drücken wir sie vorsichtig mit dem Daumen über den Widerstand in das Gehäuse. Unser Tipp, durch etwas Druck von oben auf die Membrane lässt sie sich weiter und tiefer in das Gehäuse hineinführen. Bis sie komplett im Membranengehäuse verschwindet. Anschließend können wir den Deckel wieder von Hand auf dem Gewinde festdrehen. Und mit Hilfe des Membranengehäuseschlüssels noch einmal festziehen. Vorsichtig drücken wir das Gehäuse in die Halteklammer zurück und führen den Schlauch ca. 1,5 cm tief in das Eckstück ein. Drehen die Mutter dort von Hand auf dem Gewinde auf und nutzen abschließend den Maulschlüssel zum Festziehen. Der Membranwechsel ist jetzt erfolgreich abgeschlossen und die Anlage kann wieder zurück in den Unterschrank gestellt werden. Wir öffnen vorsichtig den Kaltwasseranschluss. Ist die Anlage dicht, können wir den Schwamm zurück in den Aquastop setzen. Abschließend setzen wir den Netzstecker in die Steckdose ein. Eure Anlage ist jetzt wieder betriebsbereit. Hat dir das Video geholfen, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen und dass du unseren Kanal abonnierst. Das Video geholfen wird.